die geschichte von dem gespensterschiff mein vater hatte einen kleinen laden in balsora er war weder arm noch reich und einer von jenen leuten die nicht gerne etwas wagen aus furcht das wenige zu verlieren dass sie haben er erzog mich schlicht und recht und brachte es bald so weit daß ich ihm an die hand gehen konnte gerade als ich 18 jahre alt war als er die erste größere spekulation machte starb er wahrscheinlich aus gram 1000 goldstücke dem meer anvertraut zu haben ich mußte ihn bald nachher wegen seines todes glücklich preisen denn wenige wochen hernach lief die nachricht ein daß das schiff dem mein vater seine güter mitgegeben hatte versunken sei meinen jugendlichen mut konnte aber dieser unfall nicht beugen ich machte alles vollends zu geld was mein vater hinterlassen hatte und zog aus um in der fremde mein glück zu probieren nur von einem alten diener meines vaters begleitet im hafen von balsora schifften wir uns mit günstigen winde ein das schiff auf dem ich mich eingemietet hatte war nach indien bestimmt wir waren schon 15 tage auf der gewöhnlichen straße gefahren als uns der kapitän einen sturm verkündete er machte ein bedenkliches gesicht denn es schien er kenne in dieser gegend das fahrwasser nicht genug um einem sturm mit ruhe begegnen zu können er ließ alle segel einziehen und wir trieben ganz langsam hin die nacht war angebrochen war hell und kalt und der kapitän glaubte schon sich in den anzeichen des sturmes getäuscht zu haben auf einmal schwebte ein schiff dass wir vorher nicht gesehen hatten dicht an dem unsrigen vorbei wildes jauchzen und geschrei erscholl aus dem verdeck herüber worüber ich mich zu dieser angstvollen stunde vor einem sturm nicht wenig wunderte aber der kapitän an meiner seite wurde blass wie der tod mein schiff ist verloren rief er dort segelt der tod ich ihn noch über diesen sonderbaren ausruf befragen konnte stürzten schon heulend und schreien die matrosen herein habt ihr ihn gesehen schrien sie jetzt ist mit uns vorbei der kapitän aber ließ trost sprüche aus dem koran vorlesen und setzte sich selbst ans steuerruder aber vergebens zusehends brauchte der sturm auf und er eine stunde verging krachte das schiff und blieb sitzen die boote wurden ausgesetzt und kaum hatten sich die letzten matrosen gerettet so versankt das schiff vor unseren augen und als ein bettler fuhr ich in die see hinaus aber der jammer hatte noch kein ende fürchterlicher tobte der sturm das boot war nicht mehr zu regieren ich hatte meinen alten diener fest umschlungen und wir versprachen uns nie voneinander zu weichen endlich brach der tag an aber mit dem ersten anblick der morgenröte fasste der wind das boot in welchem wir saßen und stürzte es um ich habe keinen meiner schiffsleute mehr gesehen der sturz hatte mich betäubt und als ich aufwachte befand ich mich in den armen meines alten treuen dieners der sich auf das umgeschlagene boot gerettet und mich nachgezogen hatte der sturm hatte sich gelegt von unserem schiff war nichts mehr zu sehen wohl aber entdeckten wir nicht weit von uns ein anderes schiff auf das die wellen uns hintrieben als wir näher hinzu kamen erkannte ich das schiff als dasselbe das in der nacht an uns vorüberfuhr und welches den kapitän so sehr in schrecken gesetzt hatte ich empfand ein sonderbares grauen vor diesem schiffe die äußerung des kapitäns die sich so furchtbar bestätigt hatte das öde aussehen des schiffes auf dem sich so nah wie auch heran kam so laut wir auch schrien niemand zeigte erschreckten mich doch es war unser einziges rettungsmittel darum priesen wir den propheten der uns so wundervoll erhalten hatte am vorder teil des schiffes hing ein langes tau herab mit händen und füßen ruderten wir darauf zu um es zu erfassen endlich glückte es noch einmal erhob ich meine stimme aber immer blieb es still auf dem schiff da klimmten wir an dem tau hinauf ich als der jüngste voran aber entsetzen welches schauspiel stellte sich meinem auge da als ich das verdeck betrat der boden war mit blut gerötet zwanzig bis dreißig leichname in türkischen kleidern lagen auf dem boden am mittleren mastbaum stand ein mann reich gekleidet den säbel in der hand aber das gesicht war blaß und verzerrt durch die stirn ging ein großer nagel der ihn an den mastbaum heftete auch er war tot schrecken fesselte meine schritte ich wagte kaum zu atmen endlich war auch mein begleiter heraufgekommen auch ihnen überraschte der anblick des verdecks das gar nichts lebendiges sondern nur so viele schreckliche tote zeigte wir wagten es endlich nachdem wir in der seelenangst zum propheten gefläht hatten weiter fortzuschreiten bei jedem schritte sahen wir uns um ob nicht etwas neues noch schrecklicheres sich darbiete aber alles blieb wie es war weit und breit nichts lebendiges als wir und das weltmeer nicht einmal laut zu sprechen wagten wir aus furcht der tote am mast angespießte capitano möchte seine starren augen nach uns hindrehen oder einer der getöteten möchte seinen kopf umwenden endlich waren wir bis an eine treppe gekommen die in den schiffsraum führte unwillkürlich machten wir dort halt und sahen einander an denn keiner wagte es recht seine gedanken zu äußern o herr sprach mein treuer diener hier ist etwas schreckliches geschehen doch wenn auch das schiff da unten voll mörder steckt so will ich mich ihnen doch lieber auf gnade und ungnade ergeben als längere zeit unter diesen toten zu bringen ich dachte wie er wir fasten uns ein herz und stiegen voll erwartung hinunter totenstille war aber auch hier und nur unsere schritte halten auf der treppe wir standen an der tür der kajüte ich legte mein ohr an die türe und lauschte es war nichts zu hören ich machte auf das gemach bot einen unordentlichen anblick da kleider waffen und andere geräte lagen untereinander nichts in ordnung die mannschaft oder wenigstens der capitano mußten vor kurzem gezächelt haben denn es lag alles noch umher wir gingen weiter von raum zu raum von gemach zu gemach überall fanden wir herrliche vorräte in seide perlen zucker und so weiter ich war vor freude über diesen anblick außer mir denn da niemand auf dem schiff war glaubte ich alles mit zu eignen zu dürfen ebrahim aber machte mich aufmerksam darauf dass wir wahrscheinlich noch sehr weit vom lande sein wohin wir allein und ohne menschliche hilfe nicht kommen könnten wir labten uns an den speisen und getränken die wir in reichen maß vorfanden und stiegen endlich wieder aufs verdeck aber hier schauderte uns immer die haut ob dem schrecklichen anblick der leichen wir beschlossen uns davon zu befreien und sie über bord zu werfen aber wie schauerlich ward uns zumut als wir fanden daß sich keiner aus seiner lage bewegen ließ wie fest gebannt lagen sie am boden und man hätte den boden des verdecks ausheben müssen um sie zu entfernen und dazu gebrach es uns an werkzeugen auch der kapitano ließ sich nicht von seinem mast los machen nicht einmal seinen säbel konnten wir der starren hand entwinden wir brachten den tag in trauriger betrachtung unserer lage zu und als es nacht zu werden anfing erlaubte ich dem alten ibrahim sich schlafen zu legen ich selbst aber wollte auf dem verdeck wachen um nach rettung auszuspähen als aber der mond herauf kam und ich nach den gestirnen berechnete daß es wohl um die elfte stunde sei überfiel mich ein so unwiderstehlicher schlaf daß ich unwillkürlich hinter ein faß das auf dem verdeck stand zurückfiel doch war es mehr betäubung als schlaf denn ich hörte deutlich die see an der seite des schiffes anschlagen und die segel vom winde knarren und pfeifen auf einmal glaubte ich stimmen und männertritte auf dem verdeck zu hören ich wollte mich aufrichten um danach zu schauen aber eine unsichtbare gewalt hielt meine glieder gefesselt nicht einmal die augen konnte ich aufschlagen aber immer deutlicher wurden die stimmen es war mir als wenn ein fröhliches schiffsvolk auf dem verdeck sich umhertriebe mitunter glaubte ich die kräftige stimme eines befehlenden zu hören auch hörte ich taue und segel deutlich auf und abziehen nach und nach aber schwanden mir die sinne ich verfiel in einen tieferen schlaf in dem ich nur noch ein geräusch von waffen zu hören glaubte und erwachte erst als die sonne schon hoch stand und mir aufs gesicht brannte verwundert schaute ich mich um sturm schiff die toten und was ich in dieser nacht gehört hatte kam mir wie ein traum vor aber als ich aufblickte fand ich alles wie gestern unbeweglich lagen die toten unbeweglich war der kapitano an den mastbom geheftet ich lachte über meinen traum und stand auf um einen alten zu suchen dieser saß ganz nachdenklich in der kajüte o herr rief er aus als ich zu ihm hineintrat ich wollte lieber im tiefsten grund des meeres liegen als in diesem verhexten schiff noch eine nacht zu bringen ich fragte ihn nach der ursache seines kummers und er antwortete mir als ich einige stunden geschlafen hatte wachte ich auf und vernahm wie man über meinem haupt hin und her lief ich dachte zuerst ihr wäret es aber es waren wenigstens zwanzig die umher liefen auch hörte ich rufen und schreien endlich kamen schwere tritte die treppe herab da wußte ich nichts mehr von mir nur hier und da kehrte auf einige augenblicke meine besinnung zurück und da sah ich dann denselben mann der oben am mast angenagelt ist an jenem tisch dort sitzen singend und trinkend aber der der in einem roten scharlachkleid nicht weit von ihm am boden liegt saß neben ihm und half ihm trinken also erzählte mir mein alter diener ihr könnt mir es glauben meine freunde daß mir gar nicht wohl zumute war denn es war keine täuschung ich hatte ja auch die toten gar wohl gehört in solcher gesellschaft zu schiffen war mir gräulich mein ibrahim aber versank wieder ein tiefes nachdenken jetzt habe ich es rief er endlich aus es fiel ihm nämlich ein sprüchlein ein das ihn sein großvater ein erfahrener weit gereister mann gelehrt hatte und das gegen jeden geister und zauberspuk helfen sollte auch behauptete er jenen unnatürlichen schlaf der uns befiehl in der nächsten nacht verhindern zu können wenn wir nämlich recht eifrig sprüche aus dem koran beteten der vorschlag des alten mannes gefiel mir wohl in banger erwartung sahen wir die nacht herankommen neben der kajüte war ein kleines kämmerchen dorthin beschlossen wir uns zurückzuziehen wir bohrten mehrere löcher in die tür hinlänglich groß und durch sie die ganze kajüte zu überschauen dann verschlossen wir die türe so gut es ging von innen und ibrahim schrieb den namen des propheten in alle vier ecken so erwarteten wir die schrecken der nacht es mochte wieder ungefähr elf uhr sein als es mich gewaltig zu schläfern anfing ein gefährte riet mir daher einige sprüche des korans zu beten was mir auch half mit einem male schien es oben lebhaft zu werden die taue knarten schritte ging über das verdeck und mehrere stimmen waren deutlich zu unterscheiden mehrere minuten hatten wir so in gespannter erwartung gesessen da hörten wir etwas die treppe der kajüte herab kommen als dies der alte hörte finger an den spruch den sein großvater gegen spuk und zauberei ihn gelehrt hatte her zu sagen kommt ihr herab aus der luft steigt ihr aus tiefem meer schlief dir in dunkler gruft stammt ihr vom feuer her allah ist eurem herr und meister ihm sind gehorsam alle geister ich muss gestehen ich glaubte gar nicht recht an diesen spruch und mir stieg das haar zu berg als die tür aufflog herein trat jener große stattliche mann den ich am mastbaum angenagelt gesehen hatte der nagel ging ihm auch jetzt mitten durchs das schwert aber hatte er in die scheide gesteckt hinter ihm trat noch ein anderer herein weniger kostbar gekleidet auch ihn hatte ich oben liegen sehen der capitano denn dies war ja unverkennbar hatte ein bleiches gesicht einen großen schwarzen bart wild rollende augen mit denen er sich im ganzen gemach um sah ich konnte ihn ganz deutlich sehen als er an unserer türe vorüber ging er aber schien gar nicht auf die türe zu achten die uns verbarg beide setzen sich an den tisch der in der mitte der kajüte stand und sprachen laut und fast schreiend miteinander in einer unbekannten sprache sie wurden immer lauter und eifriger bis endlich der capitano mit geballter faust auf den tisch hinein schlug dass das zimmer dröhnte mit wilden gelächter sprang der andere auf und winkte dem capitano ihm zu folgen dieser stand auf riß seinen säbel aus der scheide und beide verließen das gemach wir atmeten freier als sie weg waren aber unsere angst hatte noch lange kein ende immer lauter und lauter ward es auf dem verdeck man hörte eilend hin und her laufen und schreien lachen und heulen endlich ging ein wahrhaft höllischer lärm los so daß wir glaubten das verdeck mit allen segeln komme zu uns herab waffen geklirr und geschrei auf einmal aber tiefe stille als wir es nach vielen stunden wagten hinauf zu gehen trafen wir alles wie sonst nicht einer lag anders als früher alle waren steif wie holz so waren wir mehrere tage auf dem schiffe es ging immer nach osten wohin zu nach meiner berechnung land liegen mußte aber wenn es auch bei tag viele meilen zurückgelegt hatte bei nacht schien es immer wieder zurückzukehren denn wir befanden uns immer wieder am nämlichen fleck wenn die sonne aufging wir konnten uns dies nicht anders erklären als dass die toten jede nacht mit vollem winde zurücksegelten um nun dies zu verhüten zogen wir er ist nacht wurde alle segel ein und wandten dasselbe mittel an wie bei der türe in der kajüte wir schrieben den namen des propheten auf pergament und auch das sprüchlein des großvaters dazu und banden es um die eingezogenen segel ängstlich warteten wir in unserem kämmerchen den erfolg ab der spuk schien diesmal noch ärger zu toben aber siehe am anderen morgen waren die segel noch aufgerollt wie wir sie verlassen hatten wir spannten den tag über nur so viele segel auf als nötig waren das schiff sanft fort zu treiben und zu legten wir in fünf tagen eine gute strecke zurück endlich am morgen des sechsten tages entdeckten wir in geringer ferne land und wir danken allah und seinem propheten für unsere wunderbare rettung diesen tag und die folgende nacht trieben wir an einer küste hin und am siebenten morgen glaubten wir in geringer entfernung eine stadt zu entdecken wir ließen mit vieler mühe einen anker in die see der also bald grund fasste setzten ein kleines boot das auf dem verdeck stand aus und ruderten mit aller macht der stadt zu nach einer halben stunde liefen wir in einen fluss ein der sich in die see ergoss und stiegen ans ufer am stadttor erkundigten wir uns wie die stadt heiße und erfuhren daß es eine indische stadt sei nicht weit von der gegend wohin nicht zuerst schiffen willens war wir begaben uns in eine karawanserei und erfrischten uns von unserer abenteuerlichen reise ich forschte da selbst auch nach einem weisen und verständigen manne in dem ich dem wirt zu verstehen gab daß ich einen solchen haben möchte der sich ein wenig auf zauberei verstehe er führte mich in eine abgelegene straße an ein unscheinbares haus pochte an und man ließ mich eintreten mit der weisung ich solle nur nach mule fragen in dem hause kam mir ein altes männlein mit grauem bart und langer nase entgegen und fragte nach meinem begehr ich sagte ihm ich suche den weißen mule und er antwortete mir er sei es selbst ich fragte ihn nun um rat was ich mit den toten machen solle und wie ich es angreifen müsse um sie aus dem schiff zu bringen er antwortete mir die leute des schiffes seien wahrscheinlich wegen irgend eines frevels auf das meer verzaubert er glaube der zauber werde sich lösen wenn man sie ans land bringen dies könne aber nicht geschehen als wenn man die bretter auf denen sie lägen los mache mir gehöre von gott und rechts wegen das schiff samt allen gütern weil ich es gleichsam gefunden habe doch solle ich alles sehr geheim zu halten trachten und dem ein kleines geschenk von meinem überfluss machen er wolle dafür mit seinen sklaven behilflich seien die toten weg zu schaffen ich versprach ihn reichlich zu belohnen und wir machten uns mit fünf sklaven die mit sägen und beilen versehen waren auf den weg unterwegs konnte der zauberer mule unseren glücklichen einfall die segel mit den sprüchen des korans zu umwinden nicht genug loben er sagte es sei dies das einzige mittel gewesen uns zu retten es war noch ziemlich früh am tage als wir beim schiff ankamen wir machten uns alle sogleich ans werk und in einer stunde lagen schon vier in dem nachen einige der sklaven mußten sie an land rudern um sie dort zu verschenren sie erzählten als sie zurückkam die toten hätten ihnen die mühe des begrabens erspart indem sie so wie man sie auf die erde gelegt habe in staub zerfallen sein wir fuhren fort die toten abzusägen und bis vor abend waren alle an land gebracht es war endlich keiner mehr an bord als der welche am mast angenagelt war umsonst suchten wir den nagel aus dem holze zu ziehen keine gewalt vermochte ihn auch nur einen haar breit zu verrücken ich wusste nicht was anzufangen war man konnte doch nicht den mastbaum abhauen um ihn ans land zu führen doch aus dieser verlegenheit half muli er ließ schnell einen sklaven an land rudern um einen topf mit erde zu bringen als dieser herbeigeholt war sprach der zauberer geheimnisvolle worte darüber aus und schüttete die erde auf das haupt des toten sogleich schlug dieser die augen auf holte tief atem und die wunde des nagels in seiner stirne fing an zu bluten bezogen den nagel jetzt leicht heraus und der verwundete fiel einem sklaven in die arme wer hat mich hierher geführt sprach er nachdem er sich ein wenig erholt zu haben schien muli zeigte auf mich und ich trat zu ihm dank dir unbekannter fremdling du hast mich von langen qualen errettet seit fünfzig jahren schifft mein leib durch diese wogen und mein geist war verdammt jede nacht in ihn zurückzukehren aber jetzt hat mein haupt die erde berührt und ich kann versöhnt zu meinen vätern gehen ich bat ihn uns doch zu sagen wie er zu diesem schrecklichen zustand gekommen sei und er sprach vor fünfzig jahren war ich ein mächtiger angesehener mann und wohnte in als die sucht nach gewinn trieb mich ein schiff auszurüsten und seeraub zu treiben ich hatte dieses geschäft schon einige zeit fortgeführt dann nahm ich einmal auf zante einen derwisch an bord der umsonst reisen wollte ich und meine gesellen waren rohe leute und achteten nicht auf die heiligkeit des mannes vielmehr trieb ich mein gespött mit ihm als er aber einst in heiligem eifer mir meinen sündigen lebenswandel verwiesen hatte übermannte mich nachts in meiner kajüte als ich mit meinem steuermann viel getrunken hatte der zorn wütend über das was mir ein derwisch gesagt hatte und was ich mir von keinem sultan hätte sagen lassen stürzte ich aufs verdeck und stieß ihm meinem dolch in die brust sterbend verwünschte er mich und meine mannschaft nicht sterben und nicht leben zu können bis wir unser haupt auf die erde legten der derwisch starb und wir warfen ihn in die see und verlachten seine drohung aber noch in derselben nacht erfüllten sich seine worte ein teil meiner mannschaft empörte sich gegen mich mit fürchterlicher wut wurde gestritten bis meine anhänger unterlagen und ich an den mast genagelt wurde aber auch die empörer erlagen ihren wunden und bald war mein schiff nur noch ein großes grab auch mir brachen die augen mein atem hielt an und ich meinte zu sterben aber es war nur eine erstarrung die mich gefesselt hielt in der nächsten nacht zur nämlichen stunde da wir den derwisch in die see geworfen erwachte ich und alle meine genossen das leben war zurückgekehrt aber wir konnten nichts tun und sprechen als was wir in jener nacht gesprochen und getan hatten so segeln wir seit fünfzig jahren können nicht leben können nicht sterben denn wie konnten wir das land erreichen mit toller freude segelten wir allemal mit vollen segeln in den sturm weil wir hofften endlich an einer klippe zu zerschellen und das müde haupt auf dem grund des meeres zur ruhe zu legen es ist uns nicht gelungen jetzt aber werde ich sterben noch einmal meinen dank unbekannter retter wenn schätze dich lohnen können so nimm mein schiff als zeichen meiner dankbarkeit der kapitano ließ sein haupt sinken als er so gesprochen hatte und verschied sogleich zerfiel er auch wie seine gefährten in staub wir sammelten diesen in ein kästchen und begruben ihn an land aus der stadt nahm ich aber arbeiter die mir mein schiff in guten zustand setzten nachdem ich die waren die ich an bord hatte gegen andere mit großem gewinn eingetauscht hatte mietete ich matrosen beschenkte meinen freund mule reichlich und schiffte mich nach meinem vaterlande ein ich mache dabei ein umweg in dem ich an vielen inseln und ländern landete und meine waren zum markt brachte der prophet segnete mein unternehmen nach drei viertel jahren lief ich noch einmal so reich dass mich der sterbende kapitän gemacht hatte in balsora ein meine mitbürger waren erstaunt über meine reichtümer und mein glück und glaubten nichts anders als dass ich das diamanten tal des berühmten reisenden sindbad gefunden habe ich ließ sie in ihrem glauben von nun an aber mußten die jungen leute von balsora wenn sie kaum 18 jahre alt waren in die welt hinaus um gleich mir ihr glück zu machen ich aber lebte ruhig und in frieden und alle fünf jahre machte ich eine reise nach mekka um den herrn an heiliger stätte für seinen segen zu danken und für den kapitano und seine leute zu bitten dass er sie in sein paradies aufnehme das ist das ende des hörbuchs mir hat es richtig viel spaß gemacht ich hoffe ihr hattet auch viel vergnügen und konnte das hörbuch genießen wenn dem so ist dann hinterlasst mir bitte einen like unterstützt meinen kanal indem er ihn abonniert und schaut doch auch mal nach den anderen büchern die ich hier schon hochgeladen habe vielleicht ist da noch etwas spannendes für euch dabei bis bald bis bald